Herzlich Willkommen und zurück zu Let's Play WoW mit unseren Horde Jäger Tagari. Das war aber gerade echt schlecht. Das war gerade echt schlecht. So, dann nehmen wir das erst gleich nochmal mit. Natürlich, fast 4000 Erfahrungspunkte können wir nicht einfach so liegen lassen. Dann müssen wir da hoch und dann ist das die letzte Aufgabe. Gut, außer die in der Mitte, aber das ist ja eine Folgeaufgabe für Nasir, dass wir da hinkommen. So, mal gucken, was das hier noch für eine Aufgabe ist. Dann haben wir das Land komplett fertig gequestet. Rein theoretisch. Ja, ich wusste es doch, auf wem ich hier stoße. Guten Tag. Was geht euch durch den Kopf? Bleibt zauber. Ja, wir kriegen noch in jedem Menge Aufgaben. Was? Hinfahrt mit euch. Jawohl, auf Wiedersehen. Die Gruppenaufgaben, die machen wir doch alleine. Da hätten wir auch noch eine Aufgabe, die holen wir uns auch noch. Wir haben gar kein Tier. Wo ist denn unser Tier hin? Da. Na. Ah, Fleisch ist auch immer gut, was wir sammeln. So, zack. Schuss. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Haben wir, glaube ich, hier noch gar nicht den Flugpunkt geholt, ne? Na, das machen wir als nächstes. So, was ist denn da? Ein Fallensteller. Ein toter Fallensteller. Findet zwei weitere Jäger, okay. So, töten wir die Dinos. Auch nur die Bösen. Na gut, die anderen waren gerade auch nicht so böse, ne? Ja, die werden bestimmt mal irgendwann böse. Ich habe kein Ziel. So, haben wir. Na, kommen wir nur die Bösen an. Die anderen greifen uns ja sowieso nicht an. So. Wie brauchen wir das mal? Ich zwölf. Zählen die auch, oder sind die einzeln? Ne, die zählen auch. Ich brauche ein Ziel. So, zack. Da hinten ist einer. Uh. Das ist zu weit entfernt. Na, komm mit gleich. Oh, der hat doch 300k. Oh, der ist wirklich echt. Gucken wir mal, ob wir da schnell einen... Wie ist denn das? Der hier. Hm, hm, hm. Ja, komm ich rein. Komm ich rein? Ja, sehr schön. Oh, da ist er schon halb tot. Oh, da ist er schon halb tot. So, zack. Ich muss zuerst etwas haben. So, noch mehr Musik. Sehr schön. Ich danke fürs mitnehmen. Und auf Wiedersehen. Ha. Haben wir es schnell erledigt. So, zack. Kodi bringt bestimmt gut Erfahrungspunkte. Habe kein Ziel. Der hat 8.000 schon alleine gebracht. Gut, der hat auch 300.000 Leben, ne? Das ist auch schon ein Ackeres Modell. Ja, komm hier, zack. Ich brauche ein Ziel. Sporti normal. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Haben wir. So. So. Davon müssen wir auch noch welche. Haben wir greifen ihn an da hinten. Oh, da sind auch mehrere die wir noch machen. Ich brauche noch 6. Okay. Okay. Er macht gleich mit, das ist sehr schön. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Den haben wir erledigt. Welchen brauchen wir denn noch? Gut, da vorne. Ein Jäger. Den wir noch finden müssen. Oh, ein Erd. Ich muss näher heran. Ein Erd für uns. Mehrere Sachen für uns. Okay. Anders kommt heute. Ich brauche ein Ziel. Nielfälle müssen auch dritten. Nein, nur das Obernil fährt, glaube ich. So, dann ist da noch was am Baum. Das wollen wir uns auch. Oh, schöne Aufgabe zum Kräuter sammeln. So, wie viel brauchen wir denn noch? Oh, 6. Immer noch. Das ist zu weit entfernen. Ah, los. Attacke. Dann müssen wir es mal herholen. Hier. Dass es mal hier bis in Tempo geht. Ich habe kein Ziel. So. Und weiter geht es noch zwei. Das waren gerade auch vier glaube ich sogar. Ja. Zack. So. Erst etwas anwiesen. Erledigt. Da brauchen wir glaube ich noch einen von diesen kleinen Echsen. Dinosauriern. Da. Genau. So. Einen brauchen wir noch. Ich habe kein Ziel. Auch erledigt. So. Und dann aufmountain. Wenn wir den töten. Den Wildhauer. Ach der ist doch. Ah ja. Ja. Ich glaube ich weiß welcher das war. Der hat uns glaube ich letztes Mal verfolgt ne. War das. Der war das doch hier vom letzten Mal der uns einmal verfolgt hat. Genau. Und der sieht auch schon massakriert aus. der Wunder das er böse ist wenn er so viel in sich stecken hat. So. Tötungsbefehl. Und getötet. So. Haben wir auch. Dann finden wir noch den hier. Dann kommen wir hier durch. Dann kommen wir hier durch. Dann kommen wir schnell hier durch. So. Hier ist irgendwo ein Kraut. Hier ist ein Kraut. Da hinten ist ein Erz was wir uns auch natürlich noch holen. So. Zack. So. Sehr schön. Dann den Jäger. Der liegt hier. Den Fallensteller ist ja kein Jäger. So. Und dann werden wir noch uns zu den Kollegen begeben. Ist aber auch einer für wie viel man ist das. Für 380 können wir alleine machen. Drei Mann das müsste eigentlich gehen. Ich glaube die letzte war für 5 habe ich gar nicht richtig geguckt. Aber drei Mann geht auch. Nehmen wir einen Pott. Nehmen wir mit rein. Dann passt das schon. Was haben wir hier. 17. Nehmen wir das Erz noch mit. Eben müssen wir besiegen. Den auch. Gucken wir ob wir da. Gut. Wir trauen uns das einfach mal. Nein wir wollten noch den. Aber kein Problem da können wir aus der Gruppe eigentlich schon wieder raussteigen. Abmelden. Ich brauche ein Ziel. Okay. Ja komm. Zack. Zack. Komm. Noch einer. Vom Kopf. So. Und. Gut. Na der. Hier müssen wir mal ein bisschen heilen. Ein bisschen aufpassen. Da kommen. Da kommen noch 9%. Wollen wir nicht extra noch was reinhauen. Ich muss zuerst etwas analysieren. Dann haben wir alles auch erledigt. Der große Jäger. Muss man ein Foto machen. So. Aufmountain. Und da geben wir auch ein paar Aufgaben ab. Aber wir geben jetzt erstmal da die Aufgaben ab. Die vier Stück. Fünf. Da spricht mit Jagdmeisterin. Wo ist das denn? Ist das die? Da gehen wir doch jetzt hin. Kann man gleich querfällt ein hier laufen. Dann können wir die Aufgaben abgeben. Dann gucken wir mal was es als nächstes kann. Dann müssen wir bestimmt die nächsten Dinos erledigen. Was ist denn hier was da? Na komm. So. Und hier ist eine Truhe. Die holen wir uns auch. Uh. Im Tippi Zelt. Da nehmen. Auch eine Sonderaufgabe. Was tötet aggressive Wildtiere. Okay. Dann werden wir das nochmal schnell erledigen. Aggressive Wildtiere. Da ist ein aggressives Wildtiere. Ich habe kein Ziel. So. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Aber schon 17 Prozent. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. So. Das ist schön. Das bringt auch nochmal ein bisschen Erfahrungspunkte. Mal wieder 300.000. Das ist toll. Schmützen uns halt mal kurz durch die ganzen Tiere hier. 30 Prozent haben wir ja schon. So. Und da oben warten auch noch ein paar. So. Ich bin außer Reichweite. So. So. Ich kann das noch nicht tun. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Einfach durchschießen durch alles, was hier rum läuft. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Schön. Ein bisschen Fleisch eingesammelt. Da sind die nächsten. Oh. 8. 8K-Crit. Das ist doch gut. Zack. Ich brauche ein Ziel. So. Zack. Ich kann das nicht angreifen. Kommt das nächste Wilde Tier zurückgelaufen. So was ähnliches wie Wolf. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So. Da unten geht es weiter. Ich habe kein Ziel. Ich muss ja auch noch die Aufgabe abgeben. Ich habe ein bisschen Gas geben. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich habe ja alles anvisieren. Das ist auch so viel vor mir hier. So. Das müsste eigentlich reichen. so. Und die Aufgabe bei Lady sehr schön. Was ist das denn hier? Ich brauche ein Ziel. Jetzt reicht es aber mal. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Sehr schön. Aber totstellen. Können wir aufmonten. Die aufgaben geben können wir direkt wieder zu hoch. Auf jeden Fall kommen wir hier. Guck mal. Hier auf jeden Fall erstmal Flugpunkt. Aber den schon mal. Schildkröten sind auch wieder am Start. Gehen wir erst mit dir die Aufgabe. Ja. 2000 Quests. Sanderlar ist immer da. Aufgeben. Abgeben. Äh, 240. Nehmen wir das. Benehmt euch in unserer Stadt. Sehr schön. Ein Hut. Oh, es gibt eine Folgeaufgabe. Gleich hin. Gut, aber den kleinen Kollegen Jägerzwerg, den suchen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.